Jo Leute, ich bin StixOn, heute machen wir die zweite DLC-Karte-Map-Kapitel-Sektion, ich weiß es nicht. Mal schauen, wir haben eine Extreme wieder, alles so wie gehabt. Wir machen das wahrscheinlich wieder so, zwei Folgen für eine DLC-Ding. Und dann passt es. So, dieses Video sollte kommen, wenn ich wieder da bin. Also gerade gestern Abend angekommen oder so. Hui. Lol. Das hat mir total Zeit gekostet und hat nichts gebracht. Was ist das denn für eine Scheiße? Egal. Yeah. Oh, 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 war geplant. Egal, ich mach nochmal neu. Alter. Äh, ne. So. Nice. Also, dieses Video sollte kommen, wenn ich wieder da bin. Und... Wird aber früher aufgenommen. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das nächste Video aktuell sein wird. Äh, ich bin mir nicht sicher, aber... Wahrscheinlich nicht, weil ich ja in der Woche jetzt hier noch was zu tun hab. Und... Ja. Das war ziemlich leicht, dieses Level. Ähm... Ja, Leute. Ich werde dann... Nächste Woche werden dann wahrscheinlich wieder Videos kommen, die dann frischer aufgenommen werden. Aber... Hier muss es natürlich vorproduziert sein. Ähm... Um mich eben zu entlasten, ne. Weil ich eben weg bin und dann noch, weil ich Schulaufgaben zu erledigen hab. Beziehungsweise Sachen für die Schule zu erledigen hab. Und, äh... Das hat natürlich erstmal Priorität. Und wenn ich jetzt Zeit hab, dann mach ich das natürlich jetzt. Ich mein, warum auch nicht, ne. Und, äh... Ja. GTA wird diese Woche... Wahrscheinlich dann... Ähm... Auch noch vorproduziert sein. Und... Nächste Woche kommt dann wieder... Frisches. Obwohl das eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Aber... Naja. Loll. Was war das denn jetzt? Ist doch richtig Buggy. Aber ist... Egal. Ich hab's immerhin geschafft. Diese Map ist cool, aber... Irgendwie auch nicht schwere... Schwere ich, oder? Schon. Schon schwere ich. Egal. Die Map ist aber trotzdem cool. Yeah. So. Mananana... Lollollolloll. Schaff's doch. Hallo. Hat sich grad absolut beide Beine gebrochen, äh... Beide Arme gebrochen. Sorry. Hä? Hallo, jetzt... Du darfst doch nicht stacken, Alter. So, hier. Äh... Okay. Man kann hier auch Tricks machen. Macht nur keiner. Ist ja sinnlos. Und... Da hab ich den Checkpoint nicht bekommen, was ich gar nicht verstehen kann. Warum hab ich den Checkpoint nicht bekommen? Kann mir das mal jemandem erklären? Ist irgendwie lächerlich. Ist irgendwie lächerlich. So, jetzt hier aber. Nice. Nase. Und... Zack, Digga. Nochmal ein Backflip. Oh. Hä? Egal. Und... Frontflip mal nicht. Oh Gott, war das knapp, Alter. Das war richtig close. Richtig Miroslav close. Hey. Digga, ich... Bin doch behindert, Alter. So, jetzt. So, jetzt aber. Ja, Mann. Kurz Anlauf holen, Digga. Und... Zack. Jo, 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 jo. Und nochmal ein Frontflip für die Fans. Und damit hab ich bezahlen müssen. Und nochmal ein Frontflip, weil ich einfach lustig bin. Lol. Als ob jetzt einfach Eis kommt. Ich weiß nicht warum, aber ich mach irgendwie grad die Frontflips irgendwie gerne. Merkt man zum Glück überhaupt gar nicht. Yeah. Und nochmal ein Backflip. Nice. Coole Map auf jeden Fall. War aber nicht so anders schwierig. Jetzt hab ich nicht drauf geachtet, äh... Wie viel Zeit wir schon dafür gebraucht haben. Äh, sehe ich das irgendwo? 41 Sekunden. Und 2 Minuten sonst was. Ja gut, easy, Alter. Easy. So, im Weltraum hörte ich keiner schreien. Ja gut. Da kann man ja auch nicht schreien, ne? Oh fuck. Beziehungsweise, da dehnen sich ja dann keine Scheibenwählen aus, oder? Ist auch egal, ich bin kein Experte oder so. So, jammern. Ach komm, leck mir doch die Heuer. So, jetzt aber. Yo. Haben wir. So. Na, da müssen wir nicht hoch. Gehen wir auch gar nicht. Frontflip und dann ist die Sache gegessen. So. Und runter damit hier. Nein. Nein. Alter, die, die, die Droppassagen sind nicht so leicht, wie sie scheinen. Man muss sich natürlich nur fallen lassen, aber... Naja. Tchuuu. Nice. Lol. Hallo. Danke. Nice. So. Hallo. Alter. Oh Gott. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Gatter oder sowas, wo man drauf kann, aber nee, es sind fucking Laserstrahlen, die mich grillen. What the fuck, man. Dieses Spiel. Nice. Unerwartet, unerwartet, aber trotzdem noch gekriegt. Und yeah. Lol. Lol, ich dachte, die grünen Strahlen wären schon das Ziel, aber nee. Jetzt kommt hier nochmal irgendeine weirde Scheiße. What the fuck? Ich bin absolut im Weltraum. Oh Gott. Digga, was ist das für eine Steuerung? Jetzt, jetzt komme ich wieder rein, jetzt ist auf einmal wieder Schwerkraft an. Finde ich gut. Macht auf jeden Fall Sinn, Jungs. Und hier schon wieder Exit. Nice. Und weiter geht's. Wir machen wahrscheinlich wieder auf 5 Level. Und dann die Extreme plus die anderen beiden in der nächsten Folge. Weil die Extreme dauert immer ein bisschen länger. Und muss ich dann auch immer cutten. Und so wurde es von meinem Uncut-Let's Play zu einem leicht cutted-Let's Play. Because auf Schwierigkeitsgrad ist insane. Bei extremen Maps. Schade. Na, warte mal. Nee, warte mal. Digga. Kann ich nicht einfach auch... Warte mal. Nee, das kann ich nicht, ne? Ey, mate. Warte mal. Ich muss jetzt hier... Mit Steuerungskreuz läuft doch nicht so, wie ich gedacht hatte. Ja, Default hätte fast funktioniert, aber egal. Ah. Mann. Hallo. Digga. Warte mal, funktioniert das? Nee, nicht so ganz. Au, au, au. Ah, fick dich. Lol. Okay. Das ist jetzt halt das Problem, ne? Digga. Ich komme absolut nicht ran. Ja, ich habe noch den Checkpoint bekommen, Alter. Zum Glück. Das wäre ich ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Oh, nice. Oh, oh. Nein. Ach, fuck. Nice Technics. So, what the fuck ist da im Hintergrund, Alter. Ich habe mich gerade richtig verwirrt. Was ist das denn? Schwebende Dinger. Und kaputte Brücken, Digga. Mann, mach doch mal die Brücke ganz jetzt. Ja, okay, passt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da müssen wir irgendwie... Ja, Digga. Gerade noch so... Lol. Drübergekommen. Ich habe hier viele Versuche. Obwohl die Sprünge gar nicht so schwierig sind, aber... Das ist halt auch eine lange Map. Oh, 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 oh. Das war klar. Ich brauche hier Schwung von der Kacke. Ja, oder auch nicht. Alles klar. Ne, das ist total behindert. Ne, ohne Checkpoint ist das... Slow, low Wix, ne. Habe ich... Warte mal, habe ich das so gemacht? Ja, das ist zu wenig. Wir brauchen den Schwung. Ach, scheiße, Alter. What the fuck? Hier, jetzt. Nice. Ach, komm. Hä? Was ist das für ein Fixborn, Alter? Warte mal. Na, warte mal. Nach vorne den. Gott. Warte mal. Hallo? Yes. Lol. Da vorne ist das Ziel. Ich kann einfach... Ne, warte mal. Ich kann einfach so machen, oder? Ne. Jo. So kann ich machen. Wollte ich auch machen und so. Yes. Nice. Komm, die nächste Map schaffen wir noch, Alter. Ja, ja, bla, bla. Komm, Digga, die nächste machen wir. Substratum. Bring uns das Party in Wisch die Schulden weg. Das, äh, wird gemacht, aber noch nicht heute und noch nicht jetzt, noch nicht in diesem Leben, nein. Nicht, wenn ich aufnehme. Aua. Oh. Sss. Ne, 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 das ist nicht so ganz, ja. Ja. Lol. Komm, die Map hat Flow, Alter. Lol, 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 lol. Äh, nicht mit Blindjumps. Oh, lol. Als ob. Das war fast gut. Ich hätte mich fast gerettet, wenn ich dann noch was Gutes gemacht hätte, Alter. Okay, dieses Ding wechselt die Farben. Bin ich behindert, Mann. Hallo. Ich möchte hier nur ein Frontflip machen. Nice. Nein. Komm, ich mach das jetzt mit Frontflip. So. Als ob. So, fall zurück. Ja, Mann. Oh Gott, Alter. Okay, okay. Man muss bis hier hinten hingehen und zack, Digga. Oh, oh, lol. Ja, da dachte ich nicht, dass es hoch geht. Und durch, Digga. Und zack. Und weiter hier. Nice. Also ich muss sagen, die Maps gefallen mir sehr gut bisher. Die DLC-Dinger. Mann. Okay, warte mal. Ah. Komm, komm. Ne. Hallo. Ich krieg da absolut den Slow des Todes. Aktivier dich doch, du Pimmel. Okay, jetzt. Ja, das war schlecht, aber egal. Ich hab das Ziel erreicht. Und damit würde ich sagen, beende ich die Folge wieder mal. Und, äh, hab ich gesagt, die nächste ist aktuell da? Äh, warte mal. Ähm. Ne, hab ich nicht. Die nächste ist noch, ähm, verproduziert. Ja. Ne, es ist noch verproduziert. Und dann geht's aktuell weiter. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.